ich habe mir wieder ganz leckeres bestellt und zwar dieses mal habe ich mir frische kokosnüsse und weißes mandelmus bestellt über koro und ich muss sagen schmeckt sehr sehr lecker also das mandelmus kann man herzhaft zu herzhaften gerichten verwenden für saucen aber eben auch für schokoladenmus oder für schokoladencreme und die kokosnuss die kann man also einfach so essen indem man die öffnet und ganz leckeres wasser und das kokosfleisch zu sich nimmt einfach so stärkt das immunsystem gewaltig und versorgt ein man ist dann nicht also ich bin da nicht satt und ja und außerdem kann man wenn man ein mixer hat dann kann man auch leckere kokosmilch machen oder man kann es beim backen verwenden oder zu ganz 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 vielen anderen tollen dingen zum kochen es gibt vielfältige angebote ich wollte euch nur davon erzählen weil ich total begeistert bin von den von der kokosnuss und dem mandelmus schmeckt super lecker und ja und wenn ihr mehr darüber wissen wollt ihr haben ja immer so ein heft mitgeschickt und vielleicht habt ihr auch mal lust dabei vorbeizuschauen und euch was davon zu bestellen ja ich kann es nur empfehlen und es sind auch ganz leckere rezepte dabei also wenn man hier so durchplägt ähm hat man texte über leben wie man leben kann was man machen kann wie man sich bewegen kann oder kann man eben so rezepte zum frühstück oder so ähm da eben vorgeschlagen wie man die machen könnte es ist einfach sehr vielfältig und eben natürlich ihre neuesten produkte und so dabei ja das ist eine ziemlich coole zeitung und sehr inspirierend es werden auch interviews geführt etc. mit leuten die sich mit sport mit verschiedenen lebensweisen etc. auseinandersetzen und es gibt ein inklusive rabatt gut zählt ihr könnt dann bei der nächsten bestellung 10 euro sparen wenn ihr sie für mindestens 60 euro ausbestellt wenn euch das interessiert dann schaut einfach mal bei denen vorbei ihr findet sie im internet unter koro ich bin damit einfach mal bei denen vorbei blme du mein du 3